Nächster End. Mein Trommeltroll ist bestimmt wieder in vorderster Front gleich. Da läuft er noch. Der sieht irgendwie größer aus als die anderen. Ist er aber anscheinend nicht. Da hinten sind Ends. Ja das war jetzt extrem dumm von meinen Leuten da einfach mitten in den Ending rein zu laufen. Ganz ehrlich. Jetzt weiß ich warum keine Arches nachkommen, weil ich keine neuen Ausbilder, doch die ganze Zeit. Okay, dann gehen wir mal weiter. Die Elben töten. Die noch um Ends. Ja das hier kann ich auch. Oh man. Mein Kopf juckt. So. Die Mission ist glaube ich im Vergleich zu den anderen extrem viel einfacher. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe um ehrlich zu sein die Kampagne schon einmal gespielt, aber es ist Ewigkeiten her. Also es ist echt ewig her. Ich habe keine Ahnung mehr wie es weitergeht. So ungefähr. Und dass ich gerade extreme Lacks habe. Aber ein paar Leute vernichte. Ah. Ja. Wir laufen gleich mal hoch und tun einfach irgendwas. Was muss ich machen? Ich habe mich nicht aufgepasst. Build Up and Defense Sentry. Das ist was wir vor der Elves tun. Autsch. Das tut ganz weh. Ich hole mich nicht. Oh nein. Ich fühle mich mal. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Das schweig ist. Oh nein. Bum-bum. Wir kommen gegen den Spider-Dings. Ja, es ist mir wurscht, ob wir noch ein paar mehr Troops commanden können oder nicht. Aber ich muss jetzt ein bisschen meinen Plan ändern, wenn ich ehrlich bin. Was macht mein Bongo-Troll? Pass auf mein Bongo-Troll. Hallo, Bongo-Troll. Du Spaten. Bongo-Troll. Was macht meine Armee da oben eigentlich jetzt gerade? Wie sieht es bei denen aus? Sieht ganz gut aus, denke ich halt. ... Get out of the way, follow me, get out of the way Get ready to fight Follow me, loose the arrows There's another one Keep going, move it, over here Stay alert Fuck Das ist jetzt ganz schlecht, was macht eigentlich meine Restarmee hier? Wo? Ah, ich muss die alle irgendwie besser kontrollieren Kanker Was macht die da? Ah, chillig Auf geht's, da wieder hoch So, ich mach jetzt meine ganze Armee hier, ganz ehrlich Ich mach das jetzt systematisch Meine ganze Armee erstmal hier hin Hier alles angreifen, was den Weg kommt They'll trample us You know what to do I know, I know We have a chance to tend to Listen up, Archers Come on out, you rat Archers Listen up, Archers Get your bows Get going Get going Take your bows, ready So Meine ganze Armee kommt jetzt bitte hier hoch Ich muss nämlich jetzt hinkriegen mit meinen... Ah, das kann ich zur Verfügung Mit meinen ganzen Baumeißen mit der Armee mitzunehmen So, jetzt geht's weiter Das ist natürlich falsch Das ist natürlich schon angenehmer Um einiges angenehmer Wie früh haben wir denn? Okay Wir haben 19.49 Das bedeutet, ich gebe halt Deswegen kann ich das wohl heute nicht fertig drehen Aber mal anders Dann vielleicht auch ein bisschen mit mehr Elan Und nicht zu komischen Lags Verzeih ich dir nie spiele Nie spiele Ich werde es dir nie verzeihen Aber nee, ich habe gebracht Ich habe daran besser wenn die da ein bisschen mehr Platz hat zum fighten. Kanker. Wir haben alle unsere Towers ab. Halt sie ein bisschen länger und die Straße wird uns. Ihr übernimmt euch hier kurz die Kontrolle. Oh da kommt der Ents. Ah scheiß drauf. Obwohl ich weiß nicht ob das scheiß drauf ist. Ich muss nämlich schnell die... Wir müssen die Towers abgeben. Sie attacken die Towers. All dem Meerquart ist ours. Wir werden sie wieder treffen. Bereit? Habe ich es jetzt geschafft? Ah ja ich habe es geschafft. Das war natürlich wieder ein sehr schöner... Was heißt es hier? Schön, einfach und cool. Und meine Leute... Was machen die Leute da? Wut? Die laufen einfach drum rum. Ja es war... Einfach zu gewinnen. Ja es war... Ja es war... Wut? Wut? Wut?